Ja hallo Leute, eine neue Folge MDE Zockt. Wir geben uns hier heute Metal of Honor an. Ja, war früher echt ein geiles Spiel. Haben wir viel auf LAN-Boutes und in Multi gespielt. Und ja, das ist ja hier der Reboot. Den habe ich um 1€ bekommen, deshalb habe ich ihn mir zugelegt. Denn dieses Spiel hat ja die Serie zerstört, wurde mittlerweile eingestellt. Jetzt gucken wir mal, ob es echt so scheiße ist. Wir Seals, seid doch verrückt. Das war's. Mir nach, Rabbit. Das war's. 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 Wow. Das war's. 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 So, jetzt passiert hier mal, erscheint endlich was. Himmel, Rabbid, schalten Sie die Scheiße aus! Gleich wird's ungemütlich. Alles klar bei euch da hinten? Roger, alles bestens. Außer bei Rabbid und seinen greatest Sitz ist Indokusch. Immer noch besser als der ständige Hip-Hop von Freacher. Vielleicht sollte ich ihn als Erster verschießen. Okay, jetzt geht's los. Ist das Ihr junge Mother? Negativ. Tarek ist in einem Versteck in der Stadt. Das sind seine Jungs. Alles okay. Sie sagen uns, wo er ist. Roger. Passtabatoste mal. Salamuna. Salam. Doe Pohigi, Chimung, Deltayu? Na, na. Talibon dezayin opasheakshambeulot. Aha, aha. Bete kumiga kanunipotishadi? Na. Everything kruir, mein man. A cigarette? Na, manana. Bro. Brudu, ich habe Tareks Position. Wir rücken aus. Enter. Ist Wolfpack in Position? Positiv. Der Süden von Gades sieht ruhig aus. Sind Sie bei Tarek? Noch nicht. Sagen Sie Bescheid, wenn sich was ändert. Tastanden. Festhalten. Schau. Ein kleines Ziegchen. Kann kein Zufall sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist Werte. Wer ist das? Ja. Das muss ich mir nicht vorstellen. Werte? Ja. Der Typ war nur einen Schuss davon entfernt, den seinen zu verlieren. Yau. Mata, bleiben die vier Wagenlängen hinter Ihnen. Der Typ hat gesagt, die Taliban sind am Sonntag abgehauen. Ja, Sie und alle anderen. Tja, behaltet die Finger am Abzug. Voodoo, schließen Sie auf. Hat Tarek die Dokumente? Lengi scheint es zu glauben. Er weiß irgendwas, sonst bräuchte er nicht zu viel Security. Nach links. Was zum Teufel? Voodoo, wir haben Besuch. Wer zum Teufel sind die Fimten? Dach, 12 Uhr, ein Ziel. 11 Uhr, Fenster, zwei Ziele. Mata, ein Truck blockiert unseren Rückzug. Verstanden. Mata, Aktioniertchen, Aktioniertchen, Aktioniertchen! Chit-Chit, scheiße! Geht doch, geht doch! Aha, gehen, halt uns los, Buhweigung! Geht doch, geht doch! Geht doch, geht doch! Kommt nicht! Geht doch, geht doch! heat auf, ja Jesitko, gehen wir rein. Verstanden. Eins, drei auch zu Fuß. Alles Besten. Augen auf. Geht immer des von Schützen. Weg von dem Truck! Revit, oben! Mother Moodo, wie ist Ihr Status? Sind zehn Meter hinter der Absturzstelle. Zweites Deck. Wir müssen hier weg. Wenn wir von hier weiter feuern, können wir ihn unsere Position genossen und ausbrechen. Verstanden. Ja, man sieht, das Spiel ist schon älter. Ja, extrem hässlich. Oh, Mann. Die Straße fällt aus. Kommt nicht an Strack vorbei. Roger. Eins, drei überqueren jetzt die Straße. Roger. Brudu, gehen Sie durch die Gebäude. Die Straßen sind zu gefährlich. Okay. Revit, durch die Gebäude. In Deckung gehen und Kette bilden. Verstanden. Schwitterkanade! Es ist ein bisschen dunkel hier, Mann. Wir sammeln uns, verdammt machen Sie über ihn Gedanken. Roger. Wo war hier Munition? Wir haben genug Munition. Wir sind draußen. Die Kaste raus. Blau, blau. Wind auf dem Balkon. Weitest Deck. Bodo, Rabbit. Feuer einstellen. Okay, kommt sie. Rische Magazin. Bewegung. Wo war sie? Oh, 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 oh. ersonic Rudine. Wo ist der Motherfucker? Wo war er eins daily? Warum kaputt war hier das? Gigantische Mörderatze die hier aufhören Müssen wir das hier heller machen, ist ja nicht zum aushalten Nicht aus Ja alter mach auf hier Nicht aus Nicht aus Ach alter Punktstille, mach dich die Rette Hier etwa Punktstille 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 Karnate, wollen wir uns umbringen? Wer nur die Weg gestellst, alter, fantastisch Punktstille Karnate Karnate Treppe Karnate Karnate Nach links Karnate 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 Es geht doch Karnate Karnate Mata, hier sind jede Menge Türen. 2-4 geht nach oben. Knallt uns nicht ab. Roger, Voodoo. Rabbit, hier lang. Hier lang. Pfeffer. Mata, Voodoo, wir kommen zu Ihnen. Verstanden. Zwei Tangos Oberdeck. Andere Straßenseite. Halt dich. Halt dich, Rabbit. Halt dich. Halt dich. Frau kommt durch. Tschüss. Spinn der Granate. Ziel am Boden. Das war's. Voodoo, Verbündete auf 3 Uhr. Panther, hier Martha. Das war's, Martha. Wir sitzen in der Scheiße. Ihr wimmelt jetzt von Feinden. Jemand hat uns reingelegt. Scheiße, haben Sie Tarek? Nähern uns der Zielposition jetzt zu Fuß. Verstanden. Gehen wir, Tarek ist der Wanderin in der Stadt. Ah, wandelt das Munitionslager. Äh, Tarek ist der Wanderin in der Stadt. Kontakt rechts. Schiff, zweiter Steck. Preacher, Sie kommen hier. Bruno, Sie und Rabbit, rechte Flanke. Laufen Sie los, sobald wir feuern. Los, Bewegung. Das ist der Wanderin in der Stadt. Das ist der Wanderin in der Stadt. Das ist der Wanderin in der Stadt. Scheiße. Voodoo, Rabbit, alles okay? Denke schon. Wir brauchen Tarek nicht um zu wissen, wo die bösen Jungs sind. Das wissen wir schon. Ja, genau hier. Kommen Sie raus, wir geben Ihnen Deckung. Verstanden, Rabbit, wir gehen. Scheiße, Tangos! Dach, auf der Treppe! Dach, weg, 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 weg! Scheiße, Tarek ist umgefallen, Mother. Das Haus ist eine verdammte Falle! Das Haus? Wohl ihr, die ganze Stadt? Wir sind da, sehen wir uns mal um. Frische Magazin und volle Konzentration. Wenn Tarek da drin ist, brauchen wir ihn lebend. Gehen wir. Wir haben alles, was ich brauche. Da ist es. In Deckung. Raus auf dem Schutzfeld. Verstanden. Verstanden. Sie kommen raus! Verstanden. 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 Verstanden, Sie sind nicht auf dem. Verstanden. Verstanden. Verstanden, Sie kommen. Meine Fresse. Kann ich noch einen anderen Tag? Ja, wir drüber gehen. Schau! Vorrecken. Das ganze Blut, Mann. Er ist gesichert. Verlieren wir keine Zeit. Verstanden? Gehen wir. Na, da hockt er ja. Geht freiwillig. Runter! Scheiße! Verdammt, Mörder! Nicht unter, Mann. Toll, was jetzt? Mörder! 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 Wir sind in Position! Keine Spur von Tarek! Ich überhole! Kein Tarek! Mörder, Sie haben Glück! Mörder, Klangly hat Predatorbilder von Flüchtigen auf dem Weg nach Balahisar. Verstanden. Sind schon unterwegs. Verliert er keine Zeit. Wir sind fast leer hier. Kleiner ist in Munitionsrunde hier. Gehen wir. Mörder, Jimmy sagt, Sie könnten Tarek haben. Ein Dutzend Kerle mit Waffen und ein Gefangener. Verheilen wir uns, Jungs! Dach! Aus! Rabbits, links oder rechts? Dach! Alright! Rabbits, links oder rechts! Hm? Angus! 12 Uhr! Auf der Treppe! Weg! Kopf einziehen, Bruder! Erlich! Gesichert! Und weiter! Und weiter! Und weiter! Unglaublich! Schöner Nehme hier! Verstanden! Venter! Allemann in Deckung! Warten Sie! Zeit zum Ziel! Fünf Sekunden! Gehen wir! Los, los, los! Scheiße! Kontakt! Kommen Sie! Scheiße! Kommen Sie! Als Sie dortها! Ich sehe Sie! Jenny! Vorrück, vorrücken! Das ist ein Wettbewerb. Ja, das war mein Richtig Pro hier. Ich halte ihn aus. Zweiter Boden, Drago nach. Das war Leichtertanzkisten. Kontakt! Unten bleiben! Unten bleiben! DNG schützen! Let's go on! Mother, danke. Rücken jetzt in den Hof vor. Wir haben hier ordentlich durchgeschüttet. Ziele verlassen das Gebäude über den Insel. Vorrücken! Das Gebäude! Das Gebäude! Fenster! Zweiter Steck! Licht sichern! Wir rücken an! Los, der Teamwechsel! Mother, Gebäude wird gesichert. Anrücken! Roger! Der Teamwechsel! Im Innenhof sammeln! Kontakt! Scheiße! Scheunentor rechts! Fenster! Über der Garage! Schicken Sie mich tief! Der Teamesteuer! Der Team ist ja... Ja, ne, ist klar. Man muss keine Luft anhalten hier zum Snappern. Ja, ne, 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 ne. Ah, nates. Wunderbar. Wunderbar. Sicher. Vorwärts. Gefächtig. Siehle weg. Sie sind in der Garage. Siehle den Pfad zurück. 2 Uhr. Status? Sicher. Warten Sie. Was denken Sie? Das Gebäude sieht sicher aus. Wurde von zwei Chechenen bewacht. Da ist was Wichtiges drin. Ja. Rabbit, Sie kommen mit mir. Mother, da ist noch eine Tür. Verstanden. Sammen. Denk dran, Tarek ist da drin. Roger. Sammeln. Eintreten wir mit. Malika! Tarek! Siehle die Stucht weiter. Verbindet mit 3 Uhr. Wir sind im Gang. Haltet auch schon nach Tarek. Nicht Tarek. Sie haben keinen Namen, Schilder. Er schießt einfach keine alten Männer. Nachlass. Kontakt. Was denn? Alter. Nervig. Status? Sicher. Warten Sie. Was denken Sie? Was denken Sie? Das Gebäude sieht sicher aus. Wurde von zwei Chechen in der Bacht. Wurde von zwei Chechen schriften. Sehr. Brad, Sie kommen mit mir. Mother, da ist noch eine Tür. Verstanden. Sammen. Denk dran, Tarek ist da drin. Roger. Sammen. Lange uns in der Tarek. Aber nicht, dass ist der Tür. Junge! Tarek, negativ. Nug weiter! Gör er hatatet. Nehmen wir den Gang! Halt es auch schon nach Tarek! Nicht Tarek erschießen! Die haben keine Namen! Schneller! Er schießt einfach keine alten Männer! Kontakt links! Hinter dem Film! Hinter dem Film! Marika! Tarek! Negativ! Weiter! Weiter! Draht! Rechts sicher! Links sicher! Wir über den Hof! Nachladen! Leise! Wo ist hier ein Hof? Bist du eine Meter? Mein... Halt es! Du fahr! Das ist toll! Halt es! 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 Da ist es! Halt es! MOTHER! Halt es! Wir kommen zu ihm! Das wir auch mit hier... MOTHER! Hier Panther am Sammelnpunkt! Ihr Status! MOTHER! MOTHER! Alles gut! Wir haben die Ware bei uns. Verstanden. Haben Sie auf irgendwas nicht geschossen? Wir sehen Sie schon. Begeben in Deckung. Super Untertitel bei solchen Szenen. Was zum Teufel war das gerade? Das sind die Taliban. Die haben ihre Spione überall. Sie haben alles genommen und uns nur Schmerzen gelassen. Bitte, Sie müssen sie finden. Finden und töten Sie alles. Bullshit. Warum sollten wir ihm trauen? Wie es aussieht, hat uns reingelegt. Warum sollten wir dir vertrauen? Bitte. Ich habe eine Tochter. Ich möchte, dass sie zur Schule geht. Sie soll es einmal besser haben. Können Sie das nicht verstehen? Okay, ich verstehe. Wo sind die Feinde? Schaikot. Was ist das? Das ist Pashtunisch. Es bedeutet Tal der Könige. Schaikot. Wo ist das? Da. Wie viele? Viele. 500 Kämpfer oder mehr. Wir brauchen wohl ein größeres Boot. Wir brauchen wohl ein größeres Boot. Da. Wir brauchen noch einen größeren Platz. Ich möchte nicht die Wartox sehen. Wenn Sie die Wartox sehen. Wo sind Sie die Wartox sehen? Wie Sie sehen Sie? Das ist ein langweilig. Ich weiß, was Sie sehen. Sie kommen, Sie kommen, Sie auf die Hauptbahnhof. Die AMA ist zufrieden. Keine von rechts, Autosack. Der Welt ist 12 Uhr. Wir haben andere Probleme, wir haben andere Probleme. Mit links, links! Scheiße, in der Abkürzung! Noch mehr Fahrzeuge! Wo denn, Alter? Wir haben uns am Tor ein! Gehen, Egel, in die Hand! Roger! Link ist eine, Rabbit! Link ist eine, Rabbit! Was ist das, oder was? Wir sind auf 11 Uhr, 2.6 Uhr! Da kommen noch alle Sprecher durch das Tor! Arschlich! Fahrzeug, in der Ruhe! Und dann, erklären, links! Unschüt'n Handloch! Ja, Schau, 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 wir rücken nach! Mann, was, ihr Fernse? Wir stehen unter Beschuss! Immer zu südlich, das Flugfeld des Mörser haben! Braun, Defenders, wir erledigen das! Wir müssen die Mördertruft finden! Scheiße! Festhalten, Junge! Halt! Endstation! Steigt aus! Kango, schaltet sie aus! Bewego, Kanate! Bremen, gehen Sie in Deckung! Mauer, ihr Panther, wir stehen unter Beschuss! Die müssen zu südlich das Flugfeld des Mörser haben! Roger, Panther, wir erledigen das! Oh, schießt denn da was, Mann! Ab jetzt geht's zu Fuß weiter! Ziele rechts! Ach, komm! Feuer, das ist in deckung! Der eine Möngelmhaft! Ja, wir sind in deckung! Wollen Sie in deckung! Binnen, in deckung! Entschuldigung, du siehst! Ja! 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 Ist das hier? Verhört mich. Ach, das ist super. Ey, ist super! Und unterscheiden. Können Sie das Ziel markieren? Rabbit, markieren Sie das Tor für einen Angriff. Wer ist es? Roger, Ziel ist mit Software markiert. Ziel 35, gute Arbeit. Ziel zerstört. Roger, Neptun 1. Ich komme jetzt zurück. BTS, Burtmoor! Agri 35, Missione Silberposition fortfetzen. Markiere Ziel. Rauchwerk ausschalten. Roger, Agri 35, visieren Ihren Laser an. Im Anzug. Eliminieren. Agri 35, Delta Hotel. Fahrzeug zerstört. Roger, Neptun 1. Erledigen Sie sie. Stehen immer noch unter indirektem Mörserbeschuss. Haben Sie Sichtkontakt zu dem Mörser-Trups? Negativ, Bender. Ziel in Fettburg! Tief rechts! Ziel in Fettburg! Oh ja, die AK, Mann. Konzentrieren. Erledigt eure Ziele. Augen auf. Zweite Beschuss. 10 Uhr. Niedrig. Das doer Kind läuft immer mit den Nieds rein. Hey, echt. Geh aus dem Weg, Mann. Geh aus dem Boden. Mörser verreliminiert. Mörser hinter dem Zaun-Dorf. Holen wir sie uns. Geh aus. Kattach. 12 Uhr. RPGs, finder Steckling. Tango remote. Das war's für heute. 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 Unglaublich toll, hier die Waffen gehen durch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir hätten einfach ein Messer hier. Okay. So ist es. Das war's für heute. Einfach für heute. Das war's 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 für heute. Der Insights ist laut. Bei uns geht's. Unser Hass ist mit dir äußert. Zu Ort's! Für heute spielen. Um ihn zu können ohne stitchen, Derір . Und zurück. Und das war's für heute. Runter! Scheiße! Verrücken ab! Der Drift hier versagt! Die Kölbe da dürfen nicht starten! Wir rücken zum Turm fort! Roger! Unsere Gänge sind einsatzbereit, sobald sie nicht im Turm sind. Geben wir uns den Jungs! Roger, fangen von dem Turmspulg ab, aber nicht von unseren Jungs! Gehen wir in diesem Turm! Kontakt! Erste 6! Weserige Ziele haben sich im Turm verschenkt! Stratus, wir brauchen ihn! Die wollen uns nach der Ruhe! Scharfschützengewehre! Rettung! So direkt am unten standen! Cool! Keine Brimick! Ja, Bombe! Schürt hier! Wunderschöner Rauch hier Oh ja, oh mein Gott, ich darf nicht sagen, Guillaume oh ja komm komm Foto, Splittergranate, da rein! Splittergranate! Los, los! Tango am Boden. Gesichert. Gesichert. Wer zum Teufel sind die Typen? Wenigsten. Zuerichs, Jungs. Kommt wohl zu spät. Wir gehen weiter. Sicher! Was ist das? Wann müssen wir die Abschnitte so scheiße Clans sein, echt? Na komm Gesichert, zusammen! Oh yes Na komm hier und Her ist immer gut Oh, jetzt kommen wir in den aufringenden Turm hier Was geht ab? Laptop und Kampfjäger sind einsatzbereit und warten auf ihre Befehle Helden Throcked Rabbit, stoppen Sie Sie! In Aki 357, ihre Markierung, Kanone feuert Hellfire sind online Technische Einheit, südlich des Dorfes Belegliche Ziele mit Hellfeuers zerstören, Rabbit Ziel in Sicht, Neptun, 30mm bereit Aki 357, ihre Markierung, Kanone feuert Technische Einheit, nördlich des Dorfes Ziel in Sicht, Neptun, 30mm bereit Aki 357, ihre Markierung, Kanone feuert Heilung Rabbit, Sie kommen näher Was wird das, Rabbit? Ach, die vergessen, wie das Ding funktioniert Ziel, wir queren die Startbahn, ausschalten Aki 357, ihre Markierung, Kanone feuert Aki 357, ihre Markierung, Kanone feuert Aki 357, ihre Markierung, Kanone feuert ICH 357, ihre Markierung, Kanone feuert Oh nein Auf ICH, Rabbit, starten Sie sie auf Wir sind aus der Reichweite, Mother Ziel in Sicht, Neptun, 30mm bereit So, was zu tun hier? Nichts. Agli-35 zieht ihre Markierung. Kanone feuert. Sehr getroffen. Gute Arbeit. Captain, Agli-35 hat Ziel. Rakete ist unterwegs. Nichts Feuer, meine Gefühle startbaren. Netzt uns nichts. Rabbit, besser gehts nicht. Einfach markieren und zum nächsten Ziel springen. Sie müssen den Einschlag nicht abwarten. Feindliche Ziel, Rakete unterwegs, Neptun. Technische Einheit, nördlich des Dorfs. Wir sind tot. Gute Arbeit. Neptun, Agli-35 hat Ziel. Rakete ist unterwegs. Verledigt. Weiter. Feindliche Ziel, Rakete unterwegs, Neptun. T-55er, nördlich des Dorfs. Technische Einheit, südlich des Dorfs. Neptun, Agli-35 hat Ziel. Rakete ist unterwegs. Revit, RPGs erledigen. Feindliche Ziel, Rakete unterwegs, Neptun. Neptun, Agli-35 hat Ziel. Rakete ist unterwegs. Neptun, Agli-35 hat Ziel. Rakete ist unterwegs. Aktiviert, Julia hat einen Punkt, 것도 zu clearly aus WD. Aktiviert. 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 Böyle, bis jetzt. Aktiviert, öftersicht, Aktiviert. Das war totaler Irrsinn. Naja... Es ist genug hier fürs YouTube-Video. Wenn man vom Alter aus geht des Games, ist das ganze in Ordnung. Recht lustig, Gefechte sind toll. Viele Mohun-Einlagen und die Abstände zwischen den Spielabständen viel zu klein. Naja, ich zock nur ein bisschen weiter an euch. Ciao, ciao!